Ja hallo und herzlich willkommen zurück! Ich hab ihn mit ihm. Ich hab ihn mit ihm. Was ist denn hier los? Stört mich. Ich wollte gerade hier das machen. Leck den Stock am Arsch. Ich kann mich selbst auch wieder achten. Jetzt. Jetzt. Ah fuck es ey. Weiter geht. Das glaube ich dir Mädel. Das glaube ich dir. Das glaube ich dir. Ich sollte das schnell zu Ende bringen. Ach du Scheiße. Der hat sich selber geheilt anscheinend. Ah ne. Ah. Na gut. Egal. Also. Können wir noch nicht. Können wir noch nicht. Alles klar. Die können wir noch nicht. Der ist viel zu stark. Dann machen wir was anderes. Wir haben letzte Folge haben wir die drei. Die anderen gekillt. Das reicht. Wir gucken, dass wir jetzt weiterkommen. Äh. Womit sind wir denn jetzt hin? Wir brauchen noch ein bisschen Tränke. Wir brauchen wieder äh. Äh. Genau. Wir machen jetzt mal grad ein bisschen ähm. Wie soll man sagen. Wir müssen wieder fischen. Und die Dönse. Jetzt hat man keine Chance. Wir brauchen wieder Tränke. Wir brauchen Tränke. Genau. Das ist jetzt das Wichtigste. Wir brauchen Tränke. Wir müssen nur aufpassen. Da hinten ist ein Bildschwein und so. Dass sie nicht wieder hier reinlaufen. Die kamen ja eben. Die kamen ja eben. Da müssen wir mal grad gucken. Der Typ, der geht auf den Senken. Ich muss mal grad gucken. Sind wir jetzt auf der richtigen Seite? Warte. Nee. Wir müssen zurück. Brauchen wir einfach mal gerade. Warte, warte, warte. Wir gehen mal. Wir stellen uns mal hier so hin. Ah, okay. Versuchen wir uns mal da her. Dann mal los! Das ist noch das heiße Leipzig. Das machen wir her. Wir gehen durch. Da kommen wir mit alles Gütter. Warte. Warte anhaut! Das hält sich. Das ist mal hier so von. Warte. Boah, wie viele. Ja, aber lass uns mal weiter reiten. Lass uns mal weiter reiten. Weil momentan haben wir nicht so viel an Reserven. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Das oder so, Bärbel. Okay, hier runter. Auch nicht schlecht, oder? Ja? 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 Ja, hier. Ja, boah. Sehr geil, sehr geil. Geil, Hammergeil, geht hoch. Ich versuche mal hier ein bisschen an denen was zu weit zu kommen. Ich glaube was schaffen, ja, hier sieht es ganz gut aus. Ach du Scheiße, wachen wir gerade. Moment, Moment, Moment. Müssen wir hier gerade mal anhalten. Anhalten. Was ist hier passiert? Überall Schnappmäuler. Schnappmäuler, die kennt die. So, jetzt müssen wir die erst mal scannen. Okay, jetzt müssen wir die erst mal scannen. So, Schnappmäuler hinzugefügt. Ich sehe nicht so großartig zum Menschen. Feuer. Okay, die haben auch wieder gegen Feuer was. Die Spur. Da ist echt überall Schnappmäuler. Wachen wir gerade. Wir gehen mal hier hoch. Kalshell, Lohe, Zünderei, Holz. Gehen wir hier hoch. Guck mal. Guck mal, die haben Solarteile drauf, damit die sich immer aufladen können. Hammer. Gehen wir hier mal hoch. a-ha-ha-ha! H-Betalscherben Cort superficpopackundräger! Reinholdz. Betalscherben-Lure? Reinhold. Ich interessiere mich jetzt dafür, Fleischbrombe. Ich bin ein bisschen später hier hin, aber ich interessiere mich gerade, was das hier ist, hey. Boah. Hollale, hiti. Hollale, hiti. Und der Rainer, der sagt, Hollale, hiti. Hollale, hiti, hiti. Hey, hollale, 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 hiti. Hollale, hiti, hiti. Oh, oh. Was ist denn hier los? Vorsicht, ne. Hier kam er hoch, ne. Ja, Vorsicht. Metallschirmkühlsaft, Reinholz. Immer gut. Metallschirmkühlsaft, Lohe, Zünder, Reinholz. Reinholz brauche ich gar nicht mehr zusammen, ey. Wir werden ja so viele davon kriegen. Ich gucke mal gerade hier rein. Sehr krass. Ich gucke mal gerade hier hinten. Das müsste so ein Reifop sein, ne. Ja, genau. Oh, Mensch, da muss ja irgendwo ein Breitkopf sein, oder? Hier ist noch ein Signal. Okay. Hallo, zurück. Anscheinend kommt das Signal von dem Langhals. Langhals, Sonnenstufe. Hui. Guck nochmal. Geh jetzt mal in die Ruhe. Guck. Schäu. Schäu. ini. Geh jetzt mal. Ah, ja, stimmt. Kann man gerade rücken, ey. Stimmt, jetzt kann ich mich nicht mehr. Ich bin schon ein bisschen vage dran. Hier waren wir schon mal. Wow. Ah, die sind ja noch Räuber. Die wollen anscheinend den Langhals fangen. Ach, da oben ist das. Oder hinterher. Zeig dich endlich. Hier wartet ein Pfeiler. Hast du denn nichts besseres zu tun? Ich muss da oben hin. Ich muss da oben hin. Wie komm ich denn? Ich muss da oben. Mal gerade. Versuche ich, die mal auszumerken. Ich werde noch wahnsinnig. Scheiße. Scheiße. Da oben. Da hinten muss ich her. Warte mal gerade, ne? Ah! 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 Von hier aus müsste ich leicht auf den Langhals springen können. Okay. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt muss man halt was gucken. Lass uns doch mal alles ein bisschen anders angehen. Okay, dann wollen wir mal. Die Mörder. Was machen die hier? Hallo, sprich hoch endlich. Ach, leck mich doch ab. Lass uns doch mal. Werfen wir das mit Feuer? Werfen wir das mit Feuer, ne? Ja, leider nicht. Werfen wir das mit Feuer? Werfen wir hier? Werfen wir hinten sind doch noch welche. Okay, pass auf. Wir müssen das anders machen. Wie ist es jetzt? Ich gebe die Welt. Ich glaube, wir machen jetzt halt mal so. Komm her, komm her, komm her, komm her. Komm her, komm her, komm her. Gut, gut, gut. Wo! Wo! A-a-a! Wo! 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 Wo?! Wo! 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 Dann also auf die harte Tour. Hey! Ah! Ja! 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 Ach, weg! Schnüffelt hier immer noch rum! Puff! Ah! Uff! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hier ist noch einer Hier ist noch einer Hier ist noch einer Er ist zu weit weg Der ist auch zu weit weg Wir müssen gucken, dass wir noch drauf kommen Jetzt kann man zuhause Jetzt kann man zuhause Jetzt kann man sie Zuhause noch eine Zuhause noch eine Zuhause noch eine Kleine Zäherpflanze. Du wirst mir sicher helfen. Hier liegt eine Leiche. Hier liegt noch eine Leiche. Chef, da liegt noch eine Leiche. Ich sehe was. Hier liegt noch eine Leiche. Gucken wir mal, ob es klappt. So. Geh doch mal auf Seite. Geh doch auf Seite. Geh doch mal. Geh doch mal weg. Geh doch mal. Geh doch mal weg. Gehärteter Pfeil, das kannst du nur mit dem anderen machen. Na, das wird noch ein bisschen was dauern hier. Aber ich bin ja, weißt du, ich bin ja so, ne? Ich mach ja immer alles, versuche ja immer alles, den zu kriegen. Komm, die beruhigen sich wieder. Lass es sich mal beruhigen. Lalalalala, lalalalala, belass es sich mal beruhigen. Oh, jetzt haben sie sich hier beruhigen. Jetzt geht's weiter. Halte sich selber, die Sau. Ja, ja. Ne, halte nicht. Ich will diesen Typen mal wegkriegen, na, den Deppen. Immer schön aufpassen. Ja. Ja. Oh, oh, oh. Das wäre geschafft. Ach, ja, 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 du verfickten Scheiße. Ich will da draufstehen. Hallo, ich will da draufstehen. Nee, nee, die mach ich auch nicht. Nein, kann man vergessen. Das machen wir noch feilig. Haben wir hier auch noch ein Feuer oder sowas? Gut, Tschüss. Ich bin sicher. Zumindest für ein paar Minuten. Da oben war auch noch was, meine ich. Hier ist einer. Hier ist einer noch. Hier ist einer noch. Hier sind die Verderber. Aber nur einer. Ich glaube, ich kann von hier aus auf den Langhals springen. Okay, dann kommen wir mal. Wo soll ich die auswärts? Ich bin tot. Äh, ist hier auch noch. Oh mein Gott. Äh, noch nicht mal. Einfach weiter gehen. Ich müsste von hier aus auf den Langhals springen können. Ach, geschafft. Und jetzt hol auf seinen Kopf. Ach nee, alles gleich. Ich hab's mit denen. Hier. 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 Ich weiß, ich werde mit denen. Ich bin ideal. Ich bin nach vorne. Sehr schön. Brücke in den Langhals. Haben wir. Karte. Das haben wir natürlich hier. Aber noch weitere Gebiete erstreckt. Total geil. Sehr geil, oder? Hammer. Guck mal hier. Was soll doch alles haben hier? Boah. Aber ich glaube, das wird noch was. Aber ich glaube, das wird noch was. Abseiden nochmal auf mich. Boah. Ja. Ja. Es ist mir drauf. Na hier hast du電. Ja. Letzter Schuss. Wir können mal auf den hier fallen. So, und wo ist der hier? Komm raus, wo du auch steckst. Wie hier oben, du Sackgesicht. So, der ist auch weg. Ich sehe nichts. Warte mal gerade. Wir lassen noch mal gerade ein bisschen... Das hat sich schon gemöht. Ah, schmier. Ja, lasst ihn da mal rüberwandern. Von einem Ort zum Abend. Ah, ja. Soll ich euch was sagen? Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja, hier. Oh, ja. Bist du, du Sackgesicht? Das ist auch nicht oben, das dann spült. Hier ist ein Heserkerl. Oh, ja. Lass uns abseilen. Oh. Wo ist das Arschloch? Oh, ja. Oh, ja. Ich glaube, ich habe die ja, wie ich... Ich habe... Durch die Flammen ist der nicht... ...ehm, getötet worden. Wahrscheinlich. nicht. Ich müsste jetzt erstmal alles einsammeln hier. Sammeln hier mal alles ein. Ihr könnt, dann mache ich die Folge, beende ich dann. Wo kommen wir denn hier? Ah, hier. Was ist das? Oh Gott! Och, ich habe mich jetzt hier. Hä, wie kommst du denn jetzt hier hoch, ey? Gucken wir mal, ob wir hier noch was haben. Hier haben wir Nas noch. Alles klar. Das brauche ich später noch. Jetzt können wir hier hoch. Das war hier. Okay, das war von der anderen Seite. Von der anderen Seite bin ich hochgegangen. Genau, hier bin ich hochgegangen. Genau, hier. Hier. Hier habe ich alles gerammelt. Ja, genau. Dann hier. Sehr gut. Cool, ne? So, dann haben wir hier noch die Dinger. Schockweil-Inventar voll. Okay. Aber hier haben wir auch noch was. So. Oh, ich habe wieder zu schnell gemacht. Talcherben. Und? Genau. Reines Fleisch. Gesundheitstränke. So. Wir haben bestimmt noch jede Menge hier noch verborgen. Die sammeln wir noch mal alles ein hier. Dann innen haben wir auch noch. Daraus werde ich später einen Trank brauchen. Der härte Toppfeil. Da brauche ich andere Dinger füllen. Hm. Was ist mir nee. Ich gehe mal. Geht am用. Ich gehe mal. Oder wir gehen mir. Ich gehe mal. Hermann. Keiner. Ich gehe weiter. Von Mob control. Sterhe 41- aime. Wasser? Keiner. Ich gehe mehr eine Len Female. Gotcha. Ja, da waren die zwei Feinde, die ich nicht mehr nehmen konnte, ich glaube, ich habe alles. Wir gehen nochmal hier um innen, aber ich glaube, hier war doch noch ein Typ, der hier oben hängt, glaube ich, warte mal gar nicht. Wir gehen mal hier oben. Hier oben, da habe ich einen gekillt, oder nicht? Jaja, wo hängt einer? Hier ist auch nicht was. Ich muss halt nur aufpassen, dass er mich nicht platt tritt. Gut, ich glaube... Das ist ja immer gut. Guck mal, guck mal. Äh, ja. Ist aber blöd. Der habe ich nicht gesehen eben. Naja, gut, das ist halt so. Der hat auch nicht viel, der hat eine Metallscherbe für wahrscheinlich. Aber der ist halt... Kann man nichts machen, ohne zu lachen. Äh, ja. Ne, äh... Ich glaube, sonst haben wir nichts. Hallo, lang halt. Mal grad gucken. Feuermäßig... Äh, sieht es schlecht aus. Hier... Hier, ich muss hier wieder zurück. Hier muss ich zurück. Da speichern wir mal grad ab, noch schnell. Ich weiß, die Folge ist sehr, sehr, sehr lang schon. Na komm. Aber wir müssen zu Feuer, das hat keinen Sinn. Wir müssen speichern. Sonst geht alles flüten. Aber wir sind ja schon da. Danke fürs Zugucken. Gebt dem Video Daumen hoch. Abonnieren, liken, teilen, kommentieren. Ihr wisst Bescheid. Danke fürs Zugucken. Wir haben wieder einen langen Hals gekriegt. Und... Wir haben hier ohne Ende frei wieder. Na, hier haben wir oben... Hier oben haben wir auch noch einen langen Hals. Hier. Hier einen langen Hals. Da einen langen Hals. Hier einen langen Hals. Da einen langen Hals. Da einen langen Hals. Dann haben wir nämlich auch... Irgendwann haben wir auch das Gebiet. Hier ist das Gebiet auch nicht schlecht. Na? Das ist natürlich schön grüner, finde ich. Äh... Sehr, sehr grün. Wegpunkt setzen. Filter. Tab. Filter. Lagerfeuer. Händler. Händler brauchen wir nicht. Neu interaktiven Gutstätten. Langheld. Jagdgebiete. Da haben wir über den Lager verdorbenen Zonen. Siedlungen. Siedlungen können wir wegmalt. Urinen. Urinen. Damit das hier mal ein bisschen aufgeräumte Zune entdeckt. Wir machen alles. Wir haben Fertigkeit. Da haben wir wieder zwei. Und... Reparatur wollen wir nicht. Hochten. Höhe an der Stelle ist drei. Das ist drei. Moment. Da kann man sonst mal. Maschinen reparieren. Überbrücken. Überbrücken. Verlängert die Zeit, die eine Maschine überbrückt ist. Um 50%. Und dann hast du hier weiter rufen. Da war eine Überbrückung meine ich. Die ich machen konnte. Von Weitem her. Dreifachschuss. Doppelschuss. War das nicht... War das nicht... Anführer schlagen. Ein stärkerer Schlag. Stöhner Sp creaturend. Musik Jägerflächs, das müssen wir auch mal machen, das müssen wir auch leider machen, stärkerer in der Balance schießen, ja, ja, nee, ich speichere noch nicht, vielleicht mache ich das andere. Ich danke fürs Zugucken, bis dann, ciao.